Moin Freunde, so da bin ich mal wieder, euer Sivi, ja genau, den kennt ihr ja. Ja, kurze Neuigkeit, heute Abend gibt es auf jeden Fall eine neue Folge Blaulicht im Kopf. Ich hatte gestern Reaktion bekommen zu meinem gestrigen Video mit, ja wenn du das halt eben bisschen lustiger erzählst, dann ist das ein absoluter Brüller, mach weiter so. Also habe ich mich rangemacht und einfach mal noch so ein Video gemacht, das kommt dann heute Abend, 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal und um 19 Uhr halt eben wie gewohnt auf meiner Facebook-Seite. Ja, und dann ist heute ein ganz besonderer Drehtag, nämlich heute wird nicht alleine gedreht. Also ich kriege heute Besuch und dann drehen wir alle mal gemeinsam und so. Aber näheres dazu heute Nachmittag, dann kann ich euch auch sagen, was wir drehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Dienstag, genießt die Sonnenstrahlen und wir sehen und hören uns auf jeden Fall nachher. Und denkt dran, ruhig meinen YouTube-Kanal, YouTube, genau, ruhig meinen YouTube-Kanal abonnieren, weil 15.500 Likes auf meiner Facebook-Seite und 4.500 Abonnenten auf YouTube, da fehlen 10.000 oder 11.000. Deswegen, los, abonnieren! Link kennt ihr, ansonsten klickt drauf und dann geht los. Alles klar, in diesem Sinne, bis später. Aja, zivri.